Schicken wir das mal auf den Monitor an. Wisst ihr was echt cooles? Nach jedem kratzen Trick kannst du dir am Pause-Menü die Wiederholung reinziehen. Und dann darfst du mit dem Video machen, was du willst. Vor- oder zurückspulen, den Einzelbildmodus eingreifen und das Video anheißen. Und unter den Kamerawinkel kannst du ändern. Das ist voll cool. Schick das mal aus. Jetzt nicht. Das wird noch zwischendurch oft genug kommen. Total abgefahren. Wir haben neue Challenges freigeschaltet. Skate, Shingo und Tutorial Nollies. Und ein neues Merchandising-Produkt. Speichern. Das Lied ist so geil. Okay, ich erklär dir mal eben die Übersichtskarte. Siehst du das Ding da in der Mitte? Das bist du. Und siehst du auch die kleinen Symbole rundherum? Das sind verschiedene Spots in deiner Nähe. Skate einfach hin. Dann siehst du, worum es ging. Ich habe jedenfalls keine Ahnung. Äh, die Challenge abgehakt. Eine Challenge abgehakt. Mal sehen, was als nächstes kommt. Wirf einen Blick auf die Übersichtskarte in der rechten oberen Bildschirmecke. Alles klar. Das rote Symbol ist deine nächste Challenge. Wenn du nicht weiterkommst, suche auf der Übersichtskarte oder deiner Rucksackkarte nach Challenge-Symbol. Alles klar. So. Hey, willkommen zurück, Sonnenschein. Ähm. Ich spiele eine Stellung. Nein. Aber ich fahre jetzt erstmal so. 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 Wir müssen da oben zu diesem blinkenden roten... Waaah. Bild. Waaah. 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 Dann kannst du richtig fest Mittechen hoch absteigen. Das finde ich nicht so. Hey. Wie sieht's aus? Das hier ist unser Neuzugang. Na los. Frag schon. Ist schon okay. Spielen wir eine Runde skate? Wir spielen ne Runde skate. Skate ist wie Horse beim Basketball. Ein Fahrer macht einen Trick, der andere muss ihn nachmachen. Durch ne Flip-Trick und Spins, aber nur Flip-Tricks, Spins, Grabs und Grins zählen nicht. Also Grabs und Grins zählen nicht. Wer holst du nen Trick, ist die Runde Futsch. Jo. Was macht der? Ein Olli. Und ist gestürzt. Wie geil. Ich wusste nicht, dass da schon direkt das Ding kam. Okay, nen Kick-Flip hat er gemacht. Ja, den haben wir aber auch. Was machst du jetzt? Hier, Flip. Scheiße, ich hab'n Double-Deal-Geflipped. Ich will den immer zu lang halten, ey. Kann doch nicht sein. Was machst du jetzt? Bestimmt ein Pop-Shop-Bit oder so. Der legt sich immer, ey. Kann doch nicht sein. So, mach das mal nach. Kick-Flip-3-Sixi, Alter. Ey, warum kann der den? Das ist doch voll der Noob. Hallo? Okay, dann machen wir jetzt ein... Das... Ich wollte nen Hard-Flip machen. Wirf einen Blick auf die bereits erledigte Anzeige, um rauszufinden, welche Tricks du nicht wiederholen darfst. Das Trickbuch in deinem Rucksack enthält alle deine Tricks. Wenn du nicht weißt, welche Trick du als nächstes machen sollst, schau in dein Trickbuch. Jetzt zum Beispiel. So, hier sehen wir... Achso, alles klar. Achso, komm. Hopp. Ist egal jetzt. So, was machst du? Nolli. Schön. Gib mir ne Sekunde, den zu kapieren. So, was machst du jetzt? Ich bin okay. Hat nicht mal wehgetan. Und dann hat er auch geschafft. Und nix ihm auch immer, wie wir diese Tricks ziehen müssen. Gib mir ne Sekunde, den zu kapieren. Und... Ja. Ja. Also, angucken, lesen. Und dann ziehen und drehen. Der war voll schlecht, weil ich hab den irgendwie zu spät gezogen. Gezogen. Oh man, der ist so guuut. Schön. Ich wollte eigentlich einen 540 machen. Yeah, sehr gut. Endlich hat er mal sein erstes S, ey. Das wollte ich eigentlich nicht machen, aber egal. Mal gucken, ob ich's jetzt schaff, was ich machen will. Scheiße. Oh mein Gott. Das ist so schwierig. Was ist das? Aufs Maul gelegt. Was ganz Einfaches. Sehr gut. Okay. Bringen wir's zu Ende. Ah, scheiße. War das los, ey? Hm. Ihr seht ja links. Die bereits erledigten. Und das sind nur die drei. Nur die drei, die da stehen, dürfen wir nicht nochmal machen. Scheiße. Nehmen wir einen Klappst, bestimmt. Ziemlich einfach. Popschlo wird. Gib mir eine Sekunde, um den zu kapieren. Der mit seinem scheiß Oli, ey. Das ist doch assi. Nein, ich will keinen Heflip machen, ey. Kann doch nicht sein. Kickflip. So, weh. Ich mach jetzt einen Double-Kickflip. So. Der braucht noch ein E. Hallo. Sehr schön. Der war schön. Aber ein bisschen scheiße gelandet. Aber an sich war der schön. Sehr schön. Gewonnen. Challenge abgeschlossen. Ähm, Challenge abgeschlossen. Weiter. Und wir haben eine neue Challenge. Also neue Challenges. Folge Shingo und Manual Tutorials. Cool, dass du Shingo geschlagen hast. Das passiert nämlich nur alle paar Jahre. Hä? Achso. Folge Shingo zur Grundschule und check dort bei Sepp, dem Fotografen, vorbei. Shingo darf sich nicht zu weit von dir entfernen. Pass auf den Verkehr auf. Nicht jeder Mac. Es geht. Nicht, nicht jeder Mac. Nicht jeder mag Skateboarder. Schön ist die Ladezeiten hier ganz kurz. Alter, was machst du? Was machst du? Das war lustig, hä? Mit Kreiskammern bremsen? Ich wusste, dass das irgendwie geht. Oh, dein Arsch ist im Weg, ey. Okay, ich bin über ihn gefallen. Das ist sehr gut. Oh, nein. Komm schon, gleich dran. Geh doch vor. Nein. Oh, Mann, das kann doch nicht sein, dass ich bei so einfachen Aufgaben verkacke, ey. Ja. Mann. Boah, Auto. Okay, diesmal legt er sich nicht auf die Fresse, dann ist das variabel. Und wenn wir bremsen können wir, glaube ich, auch nicht lenken. Nein. 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 Schön über den Dreck fahren, natürlich. Das habe ich nicht gesehen, jetzt stehe auf den Fahrer. Ich glaube, ich muss mal aufs Klo. Ja, dann musst du gehen. Ah, alles klar. Ah, alles klar. Folge mir. Haben wir abgeschlossen. Dann werden wir das mal direkt machen. Es wird Zeit für dein erstes Foto. Geht dabei um Tricksequenzen und Objekten. Es geht. Bla. Eine Sequenz läuft so lange, wie alle vier Räder deines Boards in der Luft sind. Fliptricks Manuals, was dir einfällt. Folge Sepps Anweisung, um in das Skateboard Mag zu kommen. Bist du? Da bist du. Hallo. Hey, ich bin Sepp. Ich mache Fotos für das Skateboard Mag. Hey, bist du besser als diese Clowns? Ich will's hoffen. Ich habe nämlich den ganzen Tag noch nichts Cooles geschossen. Okay, skate die Rail da, damit ich ein gutes Foto schießen kann. Sepp will einen Grind auf einer dieser Rails sehen. Check die anderen Skater und dann geht's los. Vielleicht kommst du damit ins Skateboard Mag. Bam. Wenn du einen coolen Spot entdeckt hast, erstelle einen Sessionmarker. Halte dazu L1 gedrückt und drücke die nach unten Taste. Möchtest du zu deinem Sessionpunkt zurückkehren, halte die L1-Taste gedrückt und drücke die oben Taste. Zauberei. Ach ja, in No Skate Zone funktionieren die Marker nicht. Nämlich also vor den Wachleuten.